Schnell, hübsch und gut spielbar, aber auch massenkompatibel? Milestone möchte mit seinem Motorradrennspiel Ride 5 das Gran Turismo auf zwei Rädern werden. Ob es dafür reicht, erfahrt ihr im umfangreichen Test und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GamesCH und dem Review-Video zu Ride 5. Das Jahr 2023 geht mit Vollgas in die Herbst- und Wintersaison. Mit Forza Motorsport und The Crew Motorfest stehen noch zwei weitere Titelkandidaten in den Startlöchern, aber auch die Rennspiel-Experten von Milestone möchten ein Stück vom Preisgeld abhaben. Nachdem sich MotoGP 23 zuletzt als Motorradrennspiel für Fans präsentierte, geht man mit Ride 5 in eine andere Richtung. Das Spiel gibt sich zugänglicher und probiert, in der Karriere mit Atmosphäre und reichlich Benzingeruch vor allem Rennspielfreunde in seinen Bann zu schlagen. Das Prädikat Gran Turismo auf zwei Rädern ist zwar vielleicht ein wenig hochgegriffen, aber den Mainstream-Racing-Fan erreicht Ride 5 allemal besser als MotoGP 23. Zum Start kreiert ihr euch zunächst einen eigenen Spielcharakter. Dieser repräsentiert euch dann der Geschichte und taucht auch in den Zwischensequenzen immer wieder auf. Als nächstes empfehlen wir einen Blick in die Optionen. Ride 5 bietet verschiedene Schwierigkeitsstufen. Das Spielerlebnis variiert hier von geradezu lachhaft einfach bis hin zu enorm herausfordernd. Vor allem die Hilfefunktionen wie die Unterstützung beim Bremsen, Einlenken und auch Beschleunigen solltet ihr Stück für Stück für euch austesten. Individuelle Anpassungen können das Spielerlebnis nämlich positiv beeinflussen. In den Standardeinstellungen präsentiert sich Ride etwas zahmer als MotoGP 23. Auf der niedrigsten Stufe fährt das Spiel euer Bike fast von alleine. Das zerstört natürlich sämtliche Motivation. Aber schon ab der zweiten Stufe verwendet Ride ein gutes Gefühl für die Eigenheiten des Motorradrennsports und der Bikes. Die Balance ist hier also einen Tick besser gelungen als bei MotoGP und so ist Ride nicht nur aufgrund der etwas geradlinigeren Präsentation für Gelegenheitsspieler besser geeignet. Es fängt schon Tage vorher an. Zu Hause. Du trainierst. Bereitest dich vor. Du versuchst nicht daran zu denken und doch denkst du daran. Die ganze Zeit. Dann kommst du an die Strecke. Du lernst den Ort kennen. Er ist immer anders und doch vertraut. Überall auf der Welt. Die Strecken. Die Boxen. Überall geschäftige Leute. Du überprüfst das Motorrad. Und wischst ein paar Flecken von der Windschutzscheibe. Das Motorrad steht da wie du. Scheinbar untätig. Mit einem inneren Drang. Herzstück des Spiels ist natürlich die Karriere. Diese rückt Milestone mit gelegentlichen Einspielern und Anmoderationen ins rechte Licht. Angelehnt an eine Sportdokumentation dreht sich hier alles um den Wettbewerb innerhalb des Motorsports und um die Leidenschaft am Fahren. Die erst stylisch gemächliche Darstellung steht im Spiel dabei sehr gut, auch wenn es nie an das große Vorbild Gran Turismo heranreicht. Trotzdem, der Atmosphäre ist diese Neuausrichtung zuträglich und motiviert zum Weiterspielen. Nicht nur der eigene Spielcharakter übernimmt dabei eine tragende Rolle, auch die immer wieder auftauchenden Rivalen erhalten in den Zwischensequenzen ein wenig Kontur. Aber an dieser Stelle sei auch gesagt, dass Ride 5 keine Story-Kampagne wie etwa Codemasters F1-23 serviert. Vielmehr geht es hier vor allem darum, den eigenen Fuhrpark aufzumotzen und die eigenen Bikes entsprechend anzupassen und zu tunen. Ähnlich wie in Gran Turismo sind die verschiedenen Veranstaltungen nämlich an die Klasse, aber auch an die Leistung eures Motorrads gekoppelt. Ihr müsst also immer wieder eure Bikes anpassen und entsprechend optimieren. Die Tuning-Optionen gestalten sich dabei übersichtlich und dennoch motivierend. Wie schnell ihr euer Spielerprofil auflevelt und somit zusätzliche Bikes, Bauteile und andere Extras freischaltet, hängt wiederum von eurem gewählten Schwierigkeitsgrad und den damit verbundenen Fahrhilfen ab. Wer also die Herausforderung sucht und sich in das Spiel hineinbeißt, wird auch entsprechend belohnt. In Verbindung mit den ohnehin immer wieder härter werdenden Rennen entsteht so eine durchaus ordentliche Langzeitmotivation. Sehr schade allerdings, statt umfangreichen Jubelszenen gibt es in der Karriere lediglich Standbilder eures jubelnden Spielcharakters. Da wäre schlicht mehr drin gewesen. Auf der Strecke jedoch präsentiert sich Ride 5 als flott spielbares und gut aussehendes Motorradrennspiel mit einem großen Fuhrpark und einer abwechslungsreichen Anzahl an realen und fiktiven Strecken. Ähnlich wie MotoGP 23 überzeugen auch hier die dynamischen Wettereffekte und gerade bei Nachtrennen kommen die Lichteffekte besonders gut zum Tragen. Ebenfalls ähnlich wie bei MotoGP fallen auch die Computerpiloten leider sehr negativ auf. Zwar könnt ihr deren Aggressivität und auch deren Fähigkeiten anpassen, jedoch gibt es immer wieder Unstimmigkeiten. Zu oft kommt es hier zu unprovozierten Kollisionen und Stürzen. Diese könnt ihr zwar dank der Rückspulfunktion problemlos wieder ausbügeln, allerdings gibt es ja auch einige, die derartige Features nicht mögen. Entsprechend werden die sich umso mehr ärgern, wenn sie dann von der Konkurrenz einfach von der Strecke gefegt werden. Hier muss Milestone weiterhin ein bisschen an der Balance arbeiten. Die allzu aggressiven Piloten nerven doch auf Dauer sehr. Ansonsten aber gibt es auch in Ride 5 immer wieder spannende Kopf-an-Kopf-Rennen, bei denen ihr immer wieder auf die Balance des eigenen Bikes achten müsst. Selbst auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad geraten die Motorräder bei allzu hektischen Lenkbewegungen oder panischen Bremsaktionen entschlingern. Ausritte ins Kiesbett führen ebenfalls zu Stürzen. Entsprechend müsst ihr wirklich einen guten Rhythmus finden, um euch hier über die Tracks zu schlängeln. Milestone-typisch ist hier also ein gerüttelt Maß an Fingerspitzengefühl und auch Geduld gefragt. Gerade Einsteiger werden sich erst einmal in die Motorradrennspiel-Materie hineinarbeiten müssen. Ähnlich wie MotoGP fährt sich auch Ride natürlich deutlich anders als klassische Rennspiele auf vier Rädern oder gar mit einem großen Arcade-Charakter. Hier kommt es wirklich darauf an, den Rhythmus zu finden und die Kurven entsprechend zu nehmen, früh die Kurven anzubremsen, um hier auch wirklich das perfekte Ergebnis zu erzielen. Ein Lernprozess ist hier absolut im Gameplay integriert und auch gewollt. Nicht ganz so krass wie in MotoGP, aber dennoch fordernd in den ersten Stunden. Akustisch serviert euch Ride 5 ein Mix aus stilechter Loungemusik, atmosphärischen Voice-Overs in den Zwischensequenzen und solider Motorengeräusche. Sehr schade, gerade in der Karriere hätten wir uns ein wenig mehr Drama und vielleicht sogar einen Rennkommentator gewünscht. Ride 5 bietet außerdem eine ganze Reihe von Kreativ-Optionen und von der Community geforderten Features. Beispielsweise könnt ihr auch im Splitscreen zu zweit im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten und natürlich dürft ihr auch eure Bikes, Helme und Anzüge individuell anpassen. Besonders gut gefällt uns allerdings der sogenannte Race Creator, mit dessen Hilfe ja eigene Rennevents inklusive Ausdauerrennen zusammenstellt und dabei allerlei Parameter anpassen und verändern dürft. Und damit kommen wir zum Fazit unseres Testvideos zu Ride 5. Ride 5 ist sicherlich keine Revolution im Rennspiel-Genre. Das hat hoffentlich aber auch niemand erwartet. Allerdings ist es ein in sich rundes Racing-Paket, mit solidem Umfang und guter Spielbarkeit. Trotz aller Bemühungen ist die Karriere dennoch ein wenig trocken und am Ende vom Tag nur eine Aneinanderreihung verschiedener Rennevents. Das Erfahrungssystem sowie die erweiterten Tuning-Optionen für die Bikes spielen hier sehr gut in die Langzeit-Motivation mit hinein. Die Rivalen wiederum hätten unserer Meinung nach durchaus ein bisschen prominenter und intensiver dargestellt werden können. Hier lässt Milestone einiges an Potenzial liegen. Insgesamt jedoch kann sich Ride 5 doch durchaus sehen lassen. Das Renn-Gameplay überzeugt, auch wenn die Computerpiloten weiterhin arg aggressiv zu Werke gehen und auch technisch ist das Spiel überaus ansehnlich und vermittelt gerade aus der Ego-Perspektive ein tolles Geschwindigkeitsgefühl. Abgerundet wird das Spiel durch die verschiedenen Kreativ-Optionen. Ride 5 ist kein Mega-Hit, aber für Rennspiel-Fans sicherlich mehr als eine Probefahrt wert. Und damit sind wir dann auch am Ende unseres Testvideos zu Ride 5 angekommen. Hat es dir gefallen? Dann drücke gern einen Thumbs-up für uns. Wir freuen uns darüber und teile das Video natürlich auch gerne auf deinen sozialen Kanälen. Für mehr Informationen schau bitte auf unsere Website Games.ch vorbei. Dort gibt es viele aktuelle News und viele weitere Artikel aus der Welt der Computer- und Videospiele. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf dem YouTube-Kanal von Games.ch. Mach's gut. Tschüss. Untertitelung ab –